Hi, willkommen bei eTrodo. Heute stellen wir euch den Luftbefeuchter der 2000er Serie vor von der Firma Philips. Luftbefeuchtung ist natürlich auch immer ein großes Thema. Wir hatten hier schon zum Beispiel auch den Luftreiniger von Philips. Einmal zur Vorstellung, ja und heute eben auch mal Luftbefeuchter. Entfeuchter haben wir natürlich auch schon gezeigt von Maxwell zum Beispiel. Naja, aber manche Leute haben auch zu trockene Räume. Das gibt es auch. So, und da gibt es dann dieses Gerät zum Beispiel von Philips und ja, sehr leicht aufgebaut, muss man erstmal sagen. Super leichte Bedienung. Hier oben haben wir dann ein Display, was wir dann schön einstellen können. Hat einen recht geringen Stromverbrauch von knapp unter 30 Watt, 6, 27 Watt im Maximalbetrieb. Ja, und wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Der Luftreiniger ist zweiteilig aufgebaut. Wir haben einmal, ja, den oberen Teil und den unteren Teil, wo das Wasser reinkommt. Und das seht ihr hier. Ganz angenehm ist übrigens, wir haben hier quasi den Schwamm, nenne ich ihn jetzt mal. Den können wir hier einfach abziehen und vor der erstmaligen Benutzung müssen wir diesen 30 Minuten, ja, in Wasser einlegen und einmal einweichen. Dann einfach rausnehmen und hier draufstecken. Ja, und dann können wir hier Wasser reinfüllen. Bitte pass auf, nicht zu viel Wasser reinfüllen, sonst läuft das hier durch die Gitter natürlich wieder raus. Das heißt, wir haben hier eine Maximalanzeige. Das heißt, hier dann Wasser rein. Kaltes Wasser, bitte kein heißes Wasser. Auch keine Duftstoffe. Wirklich nur reines Wasser. So, was unterscheidet denn dann den Philips Luftbefeuchter vielleicht von anderen, ja, Konkurrenzprodukten, anderen Marken? Einmal kommt hier Nanotechnologie zum Einsatz. Was heißt das? Ihr kennt doch hier sehr günstige Luftbefeuchter zum Beispiel, wo man auch so Duftzeuge reinmachen kann und kommen dann immer richtige Fontänen. Da ist dann der Nachteil erstmal, dass richtige Wasserpartikel, also richtige Fontänen sich dann wieder absetzen. Das heißt, drumherum wird es vielleicht feucht. Das geht in Klamotten, es geht in die Teppiche, auch die werden feucht. Das passiert hier eben nicht. Wir haben hier dann richtige Luftsäule, die sehen wir nicht. Die Luftfeuchtigkeit wird richtig verteilt im ganzen Raum und das kann dieses Gerät unheimlich gut. Das heißt, ihr werdet schon, wenn ihr Luftfeuchtigkeitsmesser mal im Raum aufstellt, also auch nicht direkt nebenan, sondern auch nur fünf Meter weiter weg, dann werdet ihr sehen und nach wenigen Minuten steigt dort die Luftfeuchtigkeit auch an. Das heißt, auch in weitere Ecken umkommt dieser Luftbefeuchter unheimlich gut. Und es ist auch so, dass nicht gerade im Umkreis von ein bis zwei Metern die Luftfeuchtigkeit am höchsten ist. Nein, sie ist wirklich eher höher, je weiter weg man von dem Gerät ist. Und das ist der größte Unterschied zu den Konkurrenzprodukten, dass er das unheimlich gut kann und einen Raum sehr, sehr gut befeuchten kann, sehr gleichmäßig befeuchten kann und eben nicht nur regional um das Gerät herum. Raumgröße, ja, so 45 Quadratmeter. Ich würde es eher noch ein bisschen runtersetzen, 35 Quadratmeter. Dann ist es auf jeden Fall safe, aber auch mit bis 45 geht das auf jeden Fall. Dauert seine Zeit, ist natürlich klar. Bitte natürlich auch, wenn ihr das Gerät laufen habt, Türen und Fenster geschlossen halten. Klar, sonst befeuchtet ihr die ganze Wohnung oder das ganze Haus und dann läuft das Gerät Ewigkeiten. Reinigen müsst ihr den hier auch, empfohlen wird einmal die Woche. Einfach abziehen, dann in Wasser einlegen, eine Stunde lang. Ihr könnt ein bisschen Essig noch mit reinmachen, ja, rausnehmen, unter fließendem Wasser abspülen. Nicht auswringen oder ausdrücken, sondern dann nass einfach wieder draufsetzen, reinsetzen. Ja, und dann geht es auch weiter. Philips sagt so alle drei Monate, den Austauschen, einen neuen kaufen. Wir haben Wasser reingefüllt. Natürlich bitte nicht hier oben Wasser reinfüllen, sonst ist das Gerät sofort kaputt. Also wirklich hier nur unten das Gerät einmal abmachen, die Elektronik und dann hier bis zur Maximalanzeige. Der Schwamm war eine halbe Stunde jetzt auch im Wasser, ist aufgeweicht. Und wenn hier zu wenig Wasser ist, dann blinkt er auf und sagt, hey, 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 hier roter Tropfen, wir brauchen Wasser. So, dann einfach draufstecken. Wir haben hier vier Schalter, einmal den Power-Modus, dann einmal können wir die Luftfeuchtigkeit einstellen, 40, 50, 60 Prozent. Und wir können den Speed einstellen, dort haben wir den Auto-Modus, den Sleep-Modus, dann einen mittleren Modus und den Voll-Power-Modus. Dann können wir einstellen, den Timer zwischen einer Stunde, vier Stunden und acht Stunden. Ja, und das war es schon von der Bedienung. Also super einfach, wie ich finde. Genau, und jetzt hören wir, jetzt haben wir ihn auf maximaler Lautstärke. Ich finde es in Ordnung. In der Regel hat man den ja auch so nicht laufen, wenn man im Raum sich befindet. Ich finde es aber noch, es ist angenehm, im Schlaf-Modus, jetzt werden wir erstmal im Auto-Modus, dort stoppt er in der Regel bei 50 Prozent. Also sobald 50 Prozent im Raum erreicht sind, hört er dann auf. Wir haben natürlich auch den Messer, wir haben jetzt hier aktuell 61 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das heißt, jetzt muss er so natürlich nicht mehr laufen. Ich kann 60 einstellen oder ich stelle nichts ein. Dann, wenn ich hier keine Luftfeuchtigkeit einstelle, dann stoppt er im Automatik-Modus bei maximal 70 Prozent. Ja, also ihr seht ein sehr einfach zu bedienendes Gerät. Stromverbrauch ist ziemlich gut. Ich finde, die Lautstärke ist auch noch in Ordnung. Es gibt leisere Geräte, aber ich finde, das hier ist eine gute Lautstärke. Gerade im Sleep-Modus hört man den dann gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr. Timer kann man setzen, also alles super einfach. Und das Wichtige ist, ja, er kann halt den Raum extrem gut befeuchten. Wir haben nirgendwo nasse Stellen oder irgendwelche Spots, wo die Luftfeuchtigkeit viel, viel höher ist oder gerade um das Gerät viel höher ist als dann weiter weg vom Raum. Nein, hier ist es sogar andersrum. Das heißt, eine sehr, sehr gute Verteilung. Wenn wir euch einen Luftbefeuchter oder einen Luftreiniger zeigen sollen oder auch einen Luftentfeuchter, dann kommt einfach vorbei. Dann können wir euch die Geräte einmal zeigen und ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Sonst geht einfach mal online auf www.etrudo.de und guckt euch dort ein bisschen um. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Dann gehen wir ihn jetzt raus. Vielen Dank.